Hallo und herzlich willkommen bei RettaGamble. Ich bin heute für Diagnan Ticket und heute habe ich das Spiel Hero Wars. Ich werde das Spiel immer Start im Vollbetrieb machen und dann müssen wir ein bisschen warten, bis es los geht. Eine Spielfortsetzung. Soweit war ich doch gerade schon mal. Na gut, dann müssen wir ein bisschen länger warten, bis es los geht. Na okay, lassen wir mal. Dritte an der GdB, werde ein Meister. Beweise, dass du die Goldliga verdienst. Okay. Schaffer alle drei Sachen. GdB getreten sind wir. Okay. Okay, hier sind wir. Genau hier sind wir. Erstmal hier die Truhe kostenlos. Das schönste am Anfang. So einen Splitter von den Affen, den habe ich doch schon. Und dann... Oh, ich habe hier Sachen. Mach ich den schon mal auf 10. Das ist auch eine Thales Quest. Den Skin verbessern eines Charakters. Mach ich hier auch schon mal. Glyphen zum Schmied. Das war das. Okay. Soweit ich weiß, war er noch aufleveln. Der ist ja Level 40. Da gibt es auch nur ein 30er. Oh. So. So, er müsste. Hat nicht geklappt. Keine Sachen zum Aufleeren da. Okay. Dann habe ich hier... Okay. 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 Und das Ganze. Nachrichten. Das ist auch schön. Am 15. war ich jetzt mal online. Das sind 9 Tage. Gehen wir hier zum Zeppelinschiff. Das ist auch eine Daily. Die Truhe. Ich wollte sie nicht öffnen. Ich brauche 10. 10 Schlüssel brauche ich hiervon. Fehlen noch 3. Abgeschlossen. Von letztem Mal noch. Hier fehlt irgendwas. Ah ne. Der war sonst immer hier in der Stadt. Jetzt ist er draußen. Okay. Okay. Auto starten. Gleich geht es los mit den Gämpfen. Vier stück starten ist eine Quest. Wir haben jetzt alle 5 gemacht. Artefakt. Artefakt. Artefakt ist auch ne Quest. Sind schon alle auf 6. Lass noch eine auf 5. Und da muss mir noch ein Schlüssel geben. Da. Oder. Warte mal. Ich muss das kaufen. Dann kriege ich das hier. Dann kriege ich 10 Schlüssel. Ich dachte immer wenn ich 10 Schlüssel habe kann ich das aktivieren. Ich probiere es trotzdem mal aus. Gut. Dann haben wir. Ja. Ich gehe auf die Queste jetzt. Tägliche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 Quests habe ich schon fertig. Kampf gegen eine Hydra. Kampf gegen eine Hydra. Ich glaube ich habe letztens D3 gekämpft. gegen die D3 gekämpft. 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. 2, 3, 4, 5, 6 und 8. 2, 3, 4, 5, 6 und 8. 2, 4, 5, 6 und 8. 3, 5, 6 und 8. 3, 5, 7, 6, 7, 7 und 8. 4, 5, 6, 7 und 8. 4, 6, 7, 7 und 8. 5, 6, 9, 7, 8 und 8. 6, 6, 9. Naja, knapp. Ich hätte es beinahe geschafft. Die Windhydra. Auch so knapp. Der muss auch Mundgeruch haben. Der mage Kämpfer dabei umkippen. Oh, das ist der zweite Windstoß. Okay, jetzt der letzte. Ich glaube, bislang ist die Wasserhydra die schwächste von allen. Glaube ich. Oh, die Lichthydra ist aber auch nicht stark. Oh, das ist das. Oh, das ist das. Oh, das ist das. Na ja. Ich besiege alle Bosse in fremdem Land, okay, dann gehen wir ins fremde Land. Einfach gegen den hier mal kämpfen. Öffnen. Ich habe die Truppe noch gar nicht aufgemacht, doch. Weiter. Jetzt wird es langsam schwierig, weil meine sind ja auch nur 40. Hier sind sogar noch drei 39er da und ein 42er. Und der Gegner ist jetzt zu 40. Es wird jetzt langsam knapp. Da komme ich bald nicht mehr weiter. Dann kann ich die Daily auch nicht mehr machen. Kostelos öffnen. Dankeschön. Das kommt gleich hier drinnen. Kämpfen. Kostelos öffnen. Kostelos öffnen. Jawohl, ja. Fremde Boss. Obwohl Fremde sein. Ich kenne ihn ja schon. Habe ja schon ein paar Mal besiegt. Kostelos öffnen. es ist gestern und wir haben es das am nächsten Stand ist er dauern Jetzt habe ich noch einen...ja...jowoll... Nice...druhe öffnen...kostenlos öffnen...jowoll... Okay, jetzt ist Sim-Truhen öffnen, das meine ich...sonst bin ich noch schneller am Ende bei den...fremden...Land...Bossen... Geh den Kerl, da können wir reingehen, aber da komme ich auch nicht weit... Verbessere Titaten... Oh, ich habe bei den...fremden noch zwei...den ja verbessert... Okay... Okay... Ah...ja...so war das...hier oben war das...Level 12...13...14...einmal kann ich noch... 15...dududu... Okay, dann geht es los hier... Erstmal mit meinen Helden... Ach, schnapp ich das schon... Ja...schnapp ich...süber... Das hat geklappt... Feuer... Meine Feuerelementare sind da...und dann geht es zum Boss... Vier Feuer gegen zwei Erde... Gut für mich... 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 Und wieder die Heldin... Ich bin gespannt... Schaffe ich es... Oder schaffe ich es nicht... Schaffe ich es... Der hat mein Helden gefasst... Gefressen... Das kann doch nicht wahr sein... Aber ich bin schon wieder ausgestattet... Ja... So妳 fait das, was ihr Opfer? Ja... Du... 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 Ja... Du... Du ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wann habe ich den Schnellkampf? Ach, nur wenn es fehlt. Und wieder meine Helden, ach, das müsste ich doch schaffen. Kommt schon, kommt schon, er hat ihn gefressen und wieder ausgestockt. Bei mir ist der erste Daumen, nein. Ja, das habe ich gewonnen. 14 Stück habe ich schon, Erde haben wir schon, Feuer haben wir. Dann nehmen wir nochmal Feuer. Hätte ich schon mit Wasser kämpfen sollen, ne? Da hätte ich jetzt schon alle einmal gehabt. Ja. Ja. Oh, hier kann ich alle nehmen. Da sind meine beim Wasser Helden. Helden. Was sind die eigentlich für eine Helden? Titanen. Genau. Wasser-Titanen. Die Gegend ist das erste Mal heute im Kampf. Ich glaube, das erste Mal waren sie gar nicht im Kampf gewesen. Okay. Ich glaube, letztes Mal war ich gleich beim ersten Kampf ausgeschieden. Ich hätte ja noch weiter kämpfen können, aber die waren zu stark gewesen. Das sieht schlecht aus. Oh, das ist knapp. Ja. Das müsste ich doch jetzt gewinnen. Ja. Super. Ich habe mich gefreut. gut. Oh, da Wasser. Jetzt kommt nur Wasser dran. Oh, da Wasser. Jetzt kommt nur Wasser dran. Das war mein erster Charakter, den ich gekriegt hatte. Den Titanen. Mit der Erdenbogenschützen. Okay. Na gut, egal. Oh, dritter Tag heute. Ach, heute war Tagwechsel. Um 6 Uhr. Oh, um 6 Uhr ist es. Oh, da muss ich mir die Quest für neu empfangen. Werden wir mal schauen. Ja. Geht nicht. Ich bin reich. Ein Skin eines Helden. Dann gehen wir mal auf. Oh, ich gehe mal kurz auf Gefäste. Oh, ich bin reich. Helden. Und das ist der Schwächste bei mir. Da will ich erstmal sein Skin einmal erweitern. Hm. Das geht ja nicht. Dann kommen jetzt wieder die Bosse dran. Come. Let's go. Oh. Oh. Die war gerade schon fast fertig gewesen. Mit die Davies. So, ey Mist. Hab ich doch zu spät angefangen. Ach ne, den wollte ich ja gar nicht. Ja, den musste ich. Da hängst du noch. Gleich hängst du nicht mehr arme Spinne. Okay. 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 Jetzt hängst du nicht mehr. Jetzt schläft sie. Öffnen, öffnen. Trühe vergessen zu öffnen. Passiert mir auch noch nicht mal. Aber ist ja nicht so wild. Und kämpfen. Okay. 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 los 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 2 noch 28 Sekunden Zeit gehabt Ne, ne, Hydra geht nicht. Abholen. 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 Ach ja, das muss ich noch einmachen, aber die kann ich nicht nehmen. Und was war hiermit? Es muss VIP 8 sein. Und welches VIP bin ich? Kannst mal gucken. Ich bin VIP 0. Kostenlos. Ach, das ist ja sowas. Brauchen wir nicht, ich spiele nur die Dailies. Äh, das kann ich nicht machen. Das möchte ich nicht weitermachen. Beginne vier Expeditionen, eine fehlt noch. Ich verbessere einmal ein beliebiges Artefakt. Okay. Also ich war ja bei 5. Wo ist denn hier? Da ist ein 5er. Gut. Sammeln. Ich verbessere das Geschenk eines Helden. Dann nehme ich mal wieder den letzten. Und verbessern. Habe ich noch 3.000. Da geht noch ein bisschen was. Das werden wir erstmal überspringen. Das haben wir ja sozusagen gerade gemacht. Straßenkampf. Kämpfe. So. Auto einschalten. So. Pütz. Auto einschalten. So. Pütz. Wasser. 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 Was ist denn da legislere soprattutto, nicht sömeln? 인이 man nicht對立이는 durchbaut? Was ist denn da eine kläre turned O IL 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 ripAND Er FemaleNLIL? Oh! Einer da oben bei mir. Kann ich nicht schnell den Kampf machen? Doch, geht auch. Und der letzte. Dann zum Beispiel hier. Nutze Energie. Drei Videos anschauen. Zwei Videos anschauen. Die Truhe öffnen. Ach, da komme ich doch sowieso nicht weiter. Ach ja. So. 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 fromWeaver. Findet. So. 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 demanding. nichts ich krieg die gleich noch dauer aber es dauert ein bisschen ja jetzt krieg ich die lachen pass auf aber nicht so und das hat die lachen jetzt sind die so und da krieg ich euch der vorteil ist die weiten über die energie vom letzten kampf er wollte ja super jetzt können wir was kaufen ich kaufe mir natürlich dass das und das ja natürlich den einen dann hier und weiter jetzt und danach kommt die truhe da ist sie aber ich denke dass ich die nicht kriege das wird knapp aber nein das schaffe ich nicht dass meine helden einfach so schwach die haben keine brauer Lothar ist schon tot das hat Ruhr oder wie heißt das auch dort und die anderen auch alle gut jetzt kommt der nächste kampf so da habe ich zwei tanks drin eine idee ein einer und einer der sich anpasst mein erster tank ist da und die anderen auch alle jetzt kommen die letzten vier und bei den dann sind es zwei heile ein dd und ein supporter auch und 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 Oh, schön, aber morgen erst. Gut, dann, das war jetzt die Truhe gewesen. Nutzende Erfahrungstrang, habe ich denn welche? Jo, habe ich. Ich habe Erfahrungstrang. Wo sind die 39er? Da. Zack. Und dann haben wir auch einen Turm, das habe ich gerade gemacht. Das galt nicht. Geh den EPS Tour öffnen. Das habe ich noch nicht gemacht. Habe ich zwar vorhin am Anfang gemacht. Ah, das war ja noch der gestrige Tag. Und Smarag tauschen, haben wir auch noch nicht gemacht. Ich habe so wenig Smarag, ich nehme nur 20. Ach, dann mal einmal. Mal stellen eins an die beiden. Ähm, gehen Punkte, gehen Punkte. Arenakämpfe. Das ist normal, aber große, ne? Ja. Wir machen heute mal die große Arena. Die kleine haben wir ja letztens schon gespielt. Beansprochen. Zack. Okay. Dann suchen wir mal ein Gegner raus. 132, äh, 123.000 zu stark. 98 zu stark. Der ist auch noch zu stark, aber einen von den drei will ich ja nehmen. Oh, ne. Der ist doch schwächer jetzt. Ich habe 87. Er hatte 83. Ah, okay. Spiel ausgegangen. Na gut. Dann war es das für heute. Dann sage ich mal Dankeschön für's Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.